Hier haben wir überall Parkplätze, da kann man schön parken, wenn man mag. Wir haben, glaube ich, auch noch eine Parkarange dabei. Hier hinten sind lauter Geschäfte und da kann man schön ein bisschen joggen gehen. Man kann auch mittags in der Kleinigkeit essen gehen. Es ist einfach schön, das Hotel hier.